Ich begrüße euch zu einem weiteren Video hier aus GRID. Heute wollen wir das erste Mal auf die Strecke gehen und Zeiten jagen, um genau zu sein Zeitfahren spielen und das nicht irgendwo und mit irgendeinem Fahrzeug, nein auf dem Brands Hatch Circuit in England und dem Ford Mustang GT4. So und ich habe mich in der Tat auch mal an ein Setup herangewagt hier für den Brands Hatch Circuit und wir sehen wir haben insgesamt nur 5 verschiedene Dimensionen, Getriebe, Federn, Stoßdämpfer, Stabilisatoren und Bremskraftverteilung. Also nicht so viel Spielraum wie bei manch anderen Spielen hat Vor- und Nachteile, ja der Vorteil ist du kannst ziemlich schnell alles durchprobieren. Der Nachteil ist, ja es ist halt einfach nicht so detailliert. Nichtsdestotrotz das sind die Einstellungen die ich hier verwendet habe für die kommende Runde die wir jetzt in wenigen Augenblicken sehen werden. Und hier haben wir nochmal kurz gesehen, was ich für Fahrhelfen verwende und das sind, um genau zu sein, keine. Alle Fahrhelfen sind auf 0 bis auf die Linienkurven, die ist an. So und jetzt geht es auch schon auf die schnelle Runde hier auf dem Brands Hatch Circuit mit dem Ford Mustang GT4. So, letzte Runde. Was ich immer wieder betone ist, wenn man die Bremslinie anhat, dann gibt sie dir möglicherweise den Moment vor, wo du zu bremsen hast, aber bei weitem nicht die Linie, die du vielleicht idealerweise fahren solltest, um schnellstmöglich durch eine Kurve durchzukommen. Ja, das vergessen viele. Jetzt hier zum Beispiel bei der Linkskurve stimmt es mal und bei der zweiten Kurve hat es auch gestimmt, aber die erste Kurve, die fahre ich wirklich komplett anders. Jetzt auch hier die nächste Kurve. Wir sehen, wir sind deutlich weiter innen von der Linie. Lass uns dann raustragen und geben dann in Mitte der Kurve wieder Gas. Man muss hier auch aufpassen, in Grid ist es nicht so, dass du ohne Pfeifen direkt aufs Gas gehen kannst. Man muss wirklich schon auch ein bisschen mal damit spielen und gucken, okay, wie instabil ist das Fahrzeug auf der Hinterachse. So, jetzt hier mit fast 200 kmh durch die langgezogene Rechtskurve durch und jetzt geht es nochmal runter auf 180 kmh. Wir bleiben im sechsten Gang. Ist auf jeden Fall wichtig, immer am Kurvenscheitel die maximale Speed mitzunehmen, ansonsten verliert man mega viel Zeit. Und auch hier, ja, wir haben gesehen, der Bremspunkt hat gepasst. Und jetzt geht es auch schon auf die letzte Kurvenpassage zu. Ja, da haben wir rechts nochmal ein bisschen das Gras mitgenommen, soll der ganze Sache aber kein Abriss tun. Die Zeitplätze stehen bei einer 1.25.5, wie ich jetzt gerade im Kleinen gesehen habe. Und wir werden jetzt gleich mal schauen, wofür diese Zeit hier gereicht hat. Hier sehen wir es nochmal 1.25.5, die persönlich schnellste Runde. Und jetzt schauen wir mal auf die Weltrangliste und wir sehen, diese Zeit reicht in der Tat für Weltrangliste Platz 1 auf der Xbox One-Plattform. Und das ist ziemlich erstaunlich, muss man sagen, ja. Ich habe da so einen kleinen internen Kampf mit dem TSR Zinker, der mich vorgestern unterboten hatte. Ich habe seine Zeit jetzt wiederum unterboten um weitere 5 Zehntel Sekunden. Und ja, das reicht jetzt momentan für Platz 1 auf der Weltrangliste. Ich denke, da kann ich mich erstmal ein bisschen drauf ausruhen, bis er mir dann wieder eine Nachricht schreibt und sagt, hey Junge, ich habe dich unterboten, aber das muss natürlich erstmal passieren. Und ja, bis dahin würde ich sagen, war es das erstmal von diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch das heute Video gefallen haben sollte. Falls es noch sein sollte, könnt ihr das durch einen Daumen nach oben zeigen. Falls ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt oder generell Grid-Videos sehen wollt, dann könnt ihr diesen Kanal natürlich auch gerne abonnieren, falls ihr dies noch nicht getan haben solltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ich sage tschau. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut. Vielen Dank.